Wenn es darum geht, einem Opfer eines plötzlichen Herbstillstands zu helfen, sind nicht alle automatischen externen Defibrillatoren, AID, gleich. Der Defi 5S AID unterstützt Retter mit Echtzeitanweisungen und benutzerfreundlichen. Der Meditech Defi 5S, der von Medizinern empfohlen wird, verfügt über eine Taste für den pädiatrischen Modus, um die Leistung bei Kindern zu reduzieren und Verbrennungen des Herzmuskels zu vermeiden. LED-Anzeigen helfen, die Anweisungen zu befolgen. Infrarot für die Datenübertragung zum Computer zwei Sprachen zur Auswahl. Fünf Lautstärkestufen, damit Sie die Stimme deutlich hören und das Gerät überall benutzen können. Der Defi 5S verfügt über einen täglichen, wöchentlichen und monatlichen Selbsttest, damit Sie feststellen können, ob der AID einsatzbereit ist oder nicht. Er wird mit einer AID-Tragetasche geliefert, in der Sie das Gerät verwenden können, ohne es herausnehmen zu müssen. Er verfügt über ein Fach für die Erste-Hilfe-Ausrüstung und ein sicheres Fach für die AID-Elektrodenbüchse, um diese vor Wasser und Staub zu schützen, sowie über reflektierende Schilder für den Einsatz bei Nacht. Die mit dem Gerät gelieferte Computersoftware DefiSoft zeigt Statusinformationen an, auf die während der Verwendung des Defi 5S zugegriffen werden kann, wie zum Beispiel den Zeitpunkt des Ereignisses, die Beschreibung und das Elektrokardiogramm des Patienten, die Sprache der Aufforderungen und die Lautstärke können ebenfalls über die Computersoftware geändert werden. Werfen wir einen Blick auf den AID-Defi 5S Die Kommunikationsschnittstelle, eine Infrarotschnittstelle zur Datenübertragung an den PC Status-Eli die Anzeigen, Sie helfen, die Anweisungen zu befolgen Schocktaste, die zu drücken ist, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist und rot blinkt Lautsprecher, für Anleitungshinweise Modustaste, zur Auswahl des Leistungsbereichs für den Kindermodus oder den Erwachsenenmodus Handtragegriff, zum bequemen Tragen und einfachen Greifen des AID Ein-Aus-Taste, zum Ein- und Ausschalten des Geräts und zum Verbinden des AID mit dem PC Elektrodenbuchse, zum Anschluss der Elektroden an den AID Visuelle Anweisungen, die Schritt für Schritt durch das Gerät führen und helfen Gerätetasche, hart hat eine hohe Festigkeit, ist leicht und bietet Elastizität und Widerstand Wenn jemand bewusstlos ist, müssen Sie zunächst prüfen, ob er atmet und auf Reize reagiert Wenn er nicht reagiert, rufen Sie sofort die Nummer des Notdienstes an und geben Sie den Fall und den Standort an Achten Sie auf die Bewegung des Brustkorbs und hören Sie auf das Atemgeräusch, dann fühlen Sie die Luft, die aus dem Mund kommt Prüfen Sie den Puls des Verunglückten, indem Sie Zeige- und Mittelfinger auf den Hals neben der Luftröhre liegen oder die beiden Finger zwischen Knochen und Sehne über der Arteria Radialis platzieren Beginnen Sie so schnell wie möglich mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung, denn nach 10 Minuten ist der Hirnschaden irreversibel und Sie wissen, dass die Rettung des Opfers wirklich in Ihren Händen liegt Es dauert eine Weile, bis das Blut bei der HLW in Bewegung kommt Deshalb ist es sehr wichtig, kräftig und schnell zu pressen, um den Druck zu erhöhen, damit das Blut zum Gehirn fließt Drücken Sie mindestens 5 cm tief, damit das Herz zusammengedrückt wird und das Blut herausfließen kann Ein Druck von 100 bis 120 Mal pro Minute ist notwendig, damit das Blut weiter fließt Bereiten Sie zwei Atemzüge vor, um das Unfallopfer zu retten Halten Sie den ersten Atemzug eine Sekunde lang an und beobachten Sie, ob sich der Brustkorb hebt Geben Sie einen zweiten Atemzug, wenn sich der Brustkorb hebt Wenn sich der Brustkorb nicht hebt, wiederholen Sie die Kopfneigung und das Anheben des Kins und geben Sie dann den zweiten Atemzug Ein Zyklus besteht aus 30 Herzdruckmassagen, gefolgt von zwei Beatmungszyklen Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viele Atemzüge machen oder zu heftig atmen Setzen Sie die Herzdruckmassage fort, um den Blutfluss wiederherzustellen 30 Herzdruckmassagen, gefolgt von zwei Beatmungen Sobald der D4-5S-AID eingeschaltet ist, beginnt er zu sprechen, indem er den Sprachanweisungen folgt Sie müssen den Modus auswählen, entweder für Erwachsene oder für Kinder Sie werden angewiesen, die Elektrode auf die nackte Brust des Patienten zu legen, wie auf der Plastikfolie gezeigt Anschließend werden Sie angewiesen, sich vom Patienten fernzuhalten und ihn nicht zu berühren, während der D4-5S den Herzrhythmus analysiert Entfernen Sie die Kleidung von der Brust des Patienten Öffnen Sie die Verpackung der Elektroden Entfernen Sie die Elektroden aus der Schutzfolie Wenn das Opfer ein Erwachsener ist Platzieren Sie die Elektrode auf der oberen rechten und unteren linken Brust Es gibt zwei Möglichkeiten, die Elektrode am Kind zu befestigen Wenn der Körper des Kindes groß ist Platzieren Sie die Elektrode an der Stelle des Erwachsenen, wenn sich die beiden Elektroden nicht berühren Wenn der Körper des Kindes klein ist Wenn der Körper des Kindes klein ist und sich die beiden Elektroden berühren, liegen Sie eine Elektrode auf die Mitte der Brust und die andere auf den Rücken Wenn der Rhythmus so aussieht, können Sie sehen, dass das Herz nicht mehr effektiv Blut pumpt Es ist ein tödlicher Rhythmus und muss schnell gestoppt werden Wenn der automatische Defibrillator Defi 5S den Herzrhythmus analysiert und zu diesem Ergebnis kommt fordert er Sie per Sprachbefehl auf, die rote Schocktaste zu drücken Das Defi 5S-Gerät sendet einen elektrischen Strom durch das Herz und wieder zurück Der Zweck des Schocks ist es, den unkoordinierten Herzrhythmus für eine sehr kurze Zeit vollständig zu stoppen und ihm eine Chance zu geben, sich zu normalisieren Tun Sie Ihr Bestes und geben Sie nicht auf Der automatische externe Defibrillator Defi 5S gibt Ihnen die Möglichkeit, das Leben eines Menschen zu retten Defi Soft Der Defi Soft ist eine Computersoftware, die den Empfang von über Infrarot gesendeten Daten unterstützt Auslesen der Elektrokardiogrammwellen, einstellen der Sprache und der Sprachlautstärke des Defi 5S und speichern der Aufzeichnungsdaten Langes Drücken der Ein-Aus-Taste schaltet den Infrarotsensor ein Nachdem Sie die Sprache des Defi Soft ausgewählt haben, geben Sie die Seriennummer des Gerätes ein und drücken Sie lange auf die Ein-Aus-Taste, um das Datensystem des Defi Soft zu aktivieren Der Defi Soft zeigt die während des Betriebs des Defi 5S aufgezeichneten Statusinformationen an, einschließlich Typ, Ereigniszeit, Beschreibung und Elektrokardiogrammwellen Die Verstärkung der Elektrokardiogrammwellenform kann auf 5 mm, 10 mm oder 20 mm eingestellt werden Sie können die Daten auch drucken und speichern